Präsentiert von Vulcano Brennstoffe Auf Hundeausstellungen bekommen Sie als einfacher Besucher einen großen Einblick in die Welt der Hundezucht. Nirgendwo sonst können Sie sich mit so vielen Züchtern von nah und fern an einem einzigen Ort über die Hunderasse Ihrer Wahl unterhalten. Nutzen Sie gerade dies und lassen Sie sich von erfahrenen Hundezüchtern Rat geben. Dasselbe gilt, wenn Sie sich einen neuen Hund kaufen möchten. Auf einer Ausstellung bekommen Sie schnell verlässliche Infos von Züchtern der Hunderasse, die Ihnen vorschwebt. Kontakte zu knüpfen ist wie auf jeder Messe das A und O. Hier lernen Sie den Menschen hinter der Zucht hautnah kennen und bauen im persönlichen Gespräch Vertrauen auf. Nutzen Sie Ihren Besuch auch dazu, Zubehörartikel wie Halsbänder, Leinen, Körbe oder Pflegeprodukte zu kaufen. Auf Ausstellungen können Sie sich kompetent beraten lassen und haben in der Regel eine große Auswahl zu vertretbaren Preisen. Angehende Züchter melden ihre Hunde an, um untereinander um Preise zu konkurrieren. Hier entscheiden Preisrichter, echte Experten auf dem Gebiet der jeweiligen Hunderasse, ob und in welchem Maße ein teilnehmender Hund dem Rassestandard entspricht. Auf solchen Messen werden die Zuchtergebnisse stolz präsentiert und durch den Preisrichter verglichen. Was Sie als Anfänger beachten sollten, wenn Sie mit Ihrem Hund an einer solchen Ausstellung teilnehmen möchten, erfahren Sie in Kürze auf diesem Kanal. Abonnieren Sie uns jetzt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017